Jetzt haben wir einen Taupter mit 100% und okay, es sind zwar nur 5,5 Schaden, also 5,5 Herzen, aber ja, reicht. So, jetzt suchen wir mal. Entweder suchen wir oder wir spawnen in unserem Autospawner. Aber wir geben erstmal dem Suchen hier eine Chance, also für 100% habe ich aber keinen Dings bekommen, kein Kopf. Was willst du denn? Komm, sterben, sterben. So, ich will, ich will ein Enderman. Ich will Enderman. Enderman. Okay, kriegen wir die hier auch? Ich habe keinen gesehen. Ich habe meistens ein Auge auf der Karte. Ah, hier ist ein Fluxgebiet. Ne, so ein Taint-Gebiet. Enderman. Enderman. Ähm. Müssen wir die Chance am größten sein, hier ist ganz viel Fläche. Okay, wir werden wohl doch Autospawner, weil wir haben irgendwie kein Glück. Das ist die alte Karte, die kriegt man eigentlich löschen hier. Oh, ist das eine Hexe? Ist das eine Vanilla-Hexe? Nein, das ist wieder eine. Ach, ne, das ist okay. Mach dich weg. Kuscht. Kuscht. Kuscht hier. So. Du bist aber eine Vanilla-Hexe, oder? Jawoll. Wenigstens ein Erfolg. Ach, weg damit. So. So. Wasser. Oh, äh. Oh, ma. Oh. 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 Oh, oh. Oh, mach. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh. Da sind wir auch nexperchen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. zombie kopf schön immerhin immerhin einen kopf gekriegt gut dann brauche ich nur noch fünf lebendig fangen und dann haben wir das auch da habe ich glaube ich erst reingeworfen da läuft noch der hat glaube ich übrigens so viel energieverbrauch weil die konflik so eingestellt ist normalerweise verbraucht er viel 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 weniger aber hier in diesem pack ist das glaube ich dann so eingestellt weg 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 auch eine hexe perfekt ich meine ich gleich mal in den spawner rein du kannst weg du kannst weg du 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 bleibst da du kannst weg du bleibst da du bleibst da du bleibst da weg gepackt auch egal das kann weg bleibt da du bleibst da du 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 das weg das kommt draußen hin du weg weg draußen hier okay so wir bauen jetzt erst mal den soul beider ja was brauche ich denn gut das ding in der mitte okay 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 zack und zack und zack und das für den kopf ein skelettkopf davon echt keine ok dann war das zufall dass das glatt kipfel drin na gut ein soul binder wo stelle ich ihn jetzt hin ich könnte mich auch hier hinstellen die auch von unten versorgt schön es war schon noch in dem mann lebendige schau mal bist ich muss noch zurück da habe ich hier drin noch mal zurück denn ich habe das da habe ich den ich bin ich in der kiste so jetzt werde ich mal rechse rein damit tschüss katze so gut das laufen okay also ich kann ja meine voids so und dann machen wir auch mal haierchen ist ja gerade nacht geworden warum spontan zombie ist das außerhalb so gucken wir mal doch ohne rein in der mann alles raus in der mann rein so Zwei fehlen noch, nur mal anschmeißen. Das runter und dann Mist, so, aus. Einer noch, fangen. Ja, du kannst nicht weg, hier, komm. Ist hier jetzt aggressiv so tagsüber und noch ein Demmenkorb. Schürteln. Können wir bestimmt gebrauchen, irgendwie. So. Ähm. Entschuldigung, mal raus. Ähm. Bist du in die Kiste? Nein, leider nicht. Dann pack ich sie einfach ins System, da komme ich überall dran. So. Ähm. Villager, die könnte ich eigentlich wieder reinräumen. Villager. So. Schön. Okay. Dann gucken wir mal. Ähm. Mamamamamamam. Was brauche ich für Ender I.O. ist das glaube ich. noch Ender I.O. So. Kann ich mal tippen hier. Das da brauchen wir. Ein Enderkristall. Vibrantkristall. Vibrant Aloe. Auch einfach mal. So. Und dann. Hier. Hier. Das da. 1, 2, 3, 4, 5. Schwert und Rüstung. Ne? Ja. So. Wir haben unseren Soulbinder hier. Enderman rein. Und so eins. So. Da brauche ich jetzt 10. 10 XP. Oder 10 Level. Äh. Entscharnungskost 10. Ja. 10 Level vermute ich. Wir haben nur 4. Aber das ist eigentlich kein Problem. 10. Oh. Wahrscheinlich. Stimmt. Ich brauche gar keine 10. Doch. Doch. 10 Level. Na gut. Dann futtern wir mal Bärchen. Enderkristall. Schön. Nächste. 10. So. Ich brauche aber noch Bärchen. Das reicht nicht. Barry. Da. Aber die dürften reichen. Cool. Dann haben wir eine Rüstung, die uns nicht mehr verlässt, wenn wir sterben. Das finde ich doch klasse. So. Wenn das so alles funktioniert. Dann wollen wir mal wieder einen. Und noch mal einen. Und wieder 10. Dann haben wir aber nur 8 verbraucht. Hm. Komisch. Hab ich gerade verguckt. Wir hatten gerade 20. Jetzt sind es noch 12. Na gut. Da rein. Da rein. So. Lalalala. Gleich haben wir es. Oh man. Das ist eine Hitze. Das ist bei euch auch so heiß. Ja. Das ist herrlich. Nein. Nicht wirklich. Ich. Ich bin eigentlich nicht der Typ, der es gerne so warm hat. Ich bin mir da so schön Frühling oder Herbst mäßig. Also wenn es richtig schön bewölkt ist. Und. Na aber doch. Das ist noch schön. Noch warm. Aber nicht zu heiß. Ich finde das klasse. Okay. Jetzt brauche ich 5 mal Buck and Quill 5. Und. Und. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.